Vielfalt ist einfach viel stabiler. Ich glaube, das wird immer mehr spürbar. Es ist auch kulinarisch interessanter. Uns geht es so gut, dass wir wirklich schauen müssen, dass wir stabiler werden und dass wir bei der Lebensmittelproduktion mehr Stammbeine aufbauen. Und ich glaube, die meisten wissen gar nicht, auf was sie da eigentlich verzichten, weil es ist einfach kulinarisch so spannend. Hanni Rützlers Food Report erklärt die wichtigsten Trends, Entwicklungen und Zukunftsthemen für Food and Beverage. Mit Brancheninsights, Themenschwerpunkten und Best Practices aus aller Welt dient er Lebensmittelherstellern, Gastronomen und Lebensmittelhändlern als Grundlage für Zukunftsentscheidungen. Untertitelung des ZDF, 2020